Unsympathisch neues Video. Uff, Alter. Kommt direkt morgen Online-Digging. Hast du gehört? Du weißt Bescheid, ne, mein Ehrenbruder. Ähm, ruhig bleiben. Digga, das ist so insane, Sascha. Ich gönne dir das so hart, mein Freund, Alter. Wirklich. Nach einem Tag eine Mio-Views, Alter. Nach 13 Minuten 60.000 Aufrufe. Sascha, ich schwöre es dir, Digga. Du hast es absolut verdient, Leute. Schaut euch diese geisteskranken Views an. Sascha, Junge. Durchziehen. Weitermachen. Extrem. Extrem geil. Wirklich. Ich gönne es dir einfach. Nehmen wir mal wieder gemeinsam richtig tief ins Internet rein. Hey, ruhig bleiben, Marcel. Luca hat mir... Ist das nicht der Typ, der gerade gebannt worden ist? Eie, eie, eie. ...mei Kleinanzeigen-Fails zukommen lassen. Das heißt, ich lese mal gleich wieder ganz klassisch als Person A und als Person B vor. Macht es euch bequem, Leute. Ihr könnt euch übrigens... Oh mein Gott. Ihr könnt aufhören, euch festzuhalten. Ihr könnt euch abschnallen und für alle, die sich mit dem Sekundenkleber festgeklebt haben... Warum? Was macht man denn dagegen? Ich hab mir so ne... So ne Taschenmuschi bestellt. Ah ja. Funny Story über Taschenmuschi. An der Stelle von Mo. Mo hat sich auch mal ne Taschenmuschi bestellt und ähm... Ja, hat sie glaube ich nie benutzt und hat dann irgendwann damit Bilder in die Wand gehauen. Ähm, mit diesem blabberigen... Drecksding, Alter. Ehre. Also... Komplettes Allrounder-Tool. Kann man, kann man wirklich gut benutzen. Erster Fail. Let's go. Hallo. Wie viel soll er kosten? Inklusive Versand. Nur für Italiener zu haben. Respekt. Was haben Krokodile und Italiener gemeinsam? Kleine Beine. Große Fresse. Grüße geht raus an einfach Peter21, der sich hier auch gerade mittlerweile mitten im Livestream-Chat befindet. Peter, schön, dass du hier bist, Alter. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist, Alter. Grüße geht raus an meinen italienischen Kollegen einfach Peter21. Ganz genau. Perfekt. Und da gehen Grüße raus an meinen italienischen Zuschauer. Ja! Hallo! Grüße auch an Pietro an der Stelle. Ist da die Kommode? Nee, hier ist der Arne. Junge. Jens, sehe ich da etwa ein Signing bei einem Major-Label? Ganz klar. Ist da nicht das Ding, wo Tanzabot die ganze Zeit drauf saß, Alter? Ich schwöre es euch, Leute, mit dem Ding hier, scheiß mal auf meinen Rewin-Seitstuhl her, Alter. Das Ding, das Ding, Digga, da ist die maximale Performance auf jeden Fall gewährleistet. Da kann ich auf jeden Fall nur sagen, wer sich das Ding holt, ja, der hat es wirklich tatsächlich geschafft, sein Leben komplett auf die nächste Stufe zu heben. Und das meine ich ehrlich, Leute, ja. Denn, stell euch mal bitte vor, ihr könnt gleichzeitig fressen, verdauen, scheißen und schießen. Ja, meine Freunde, wie geil ist es bitte? Also ganz ehrlich, wenn ihr in der Schüssel trefft, dann trefft ihr auch im Game oder so. Das geht immer gut rein, ja. Also, lernt Zielen. In beiden Sinnen. Dieser Sessel. 10 von. Mehr mit. Und wer kennt die nicht in Amazon? 50 Euro Gutschein. Guten Abend, für 25 würde ich ihn nehmen. Wer verhandelt. Trading 1000. Handlungsboss. Hallo, was wäre denn preislich machbar ohne Felgen? MFG. Schlag was vor. Sagen Sie mal Ihren Kotzgrenze. Zu 16 war Karl die Cola in etwa. Digga, bei 16 war Karl die Cola. Alter, wer da kotzt, der hat auf jeden Fall die Suffleber des Todes, Digga. Ich glaube, ich kotze bei einem Bar Karl die Cola. Junge, Junge, Junge. Absolut widerliches Getränk, Digga. Wer das freiwillig trinkt, der kann sich direkt vergraben gehen. Auf Wiedersehen. Raus beim Chat. Zehner. Zehner. Können Sie auch in ganzen Sätzen schreiben? Was war denn daran unverständlich? Ich habe nicht gesagt, dass es unverständlich war, oder? Aber was ist das für eine unhöfliche Art, jemanden anzuschreiben? Geh mir nicht auf die Eier, du Asozialer. Ja, Digga, ey, ganz ehrlich, ich stelle einfach auch was bei Ebay-Kleinanzeigen rein und warte einfach nur darauf, bis ich dumme Antworten bekomme, Digga. Belastend. Haben wir schon Werbung gemacht? www.unsympathischshop.de Alle Größen sind wieder vorhanden. LXL XXL, gönnt euch. Ruhe! Bei Abholung 50 Euro inklusive Restgarantie. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mich hat komischerweise jemand mit genau den gleichen Bildern hier angeschrieben. Eins von mir und andere von meiner Frau. Wir heißen jede Frau auf Ebay. Thomas. Als nächstes brauchen wir mal wieder die Gedichtsstimmung. Danke. Ich bin ein seriöser Verkäufer, immer ruhig, nett und leise. Jetzt kauf endlich das Einrad. Verdammte Sche... Casey? Geil. Geil, Alter. Weißt du, wenn man so passive Aggressivität schon im Titel seines zu verkaufenden Gutes einbringt, dann kann man davon ausgehen, dass definitiv, definitiv eine Menge Leute Interesse haben an diesem Ding. Ganz klar. Danke. Hallo, warum so günstig? Auto kaputt? Hallo, es handelt sich hierbei um ein Modellauto. Wie bereits im Titel der Anzeige zu erkennen ist. Hat er noch TÜV? Probefahrt möglich? Ja klar, Probefahrt ist möglich. TÜV ist noch gültig. Was für Menschen? Laufen auf Ebay Kleinanzeigen rum? Knossi, als ich ihn letztens auf der Reeperbahn getroffen habe, ganz genau der gleiche Gesichtskirmes gewesen. Moin Starter Bulle, wie viel Kilogramm passen maximal auf eine Kurzhantel? Gruß Michael. Bizeps unser im Ärmel. Trainiert werdest du mit Gewichten, dein Curl komme, deine Anspannung geschehe. Wie an der Handelbank, so an der Butterflymaschine. Die Kirche des Bizeps. Unangenehm. Ich bin's. Geistesgestört gut sieht er aus. Leute, an der Stelle ist wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich wieder aufstehen? Ich weiß nicht, an der Stelle bin ich einfach komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Simon, falls du einen Daumen nach oben da lassen könntest, wäre das wirklich sehr nett von dir. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne auf kostenfreier Lehrammbasis ein Abonnement für mich da lassen. Bitte. Macht jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Alles klar. Gut, da lass ich auf jeden Fall auch mal einen Daumen nach oben da, Digga.